Als ersten Podcast-Gast haben wir die liebe Melanie Knies von Camp Canis unter anderem oder den Bundeshundespielen oder einfach nur Melanie Knies, die Buchautorin oder die Talkschnauze aus ihrem Podcast. Ja, die dem Mitch hoffentlich einen sehr, sehr bunten Teil der Hundewelt nochmal zeigen kann, weil wir ja so ein bisschen tierschutzlastig waren in den anderen Folgen durch die Niki und durch die ganze Geschichte und dass ja manchmal so Themen sind, die so ein bisschen schwer sind und nicht ganz so lustig und nett und dann dachte ich, ey, Melanie, die kann das auf jeden Fall in lustig und nett. Und damit würde ich auch mal rübergeben und ein ganz, 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 ganz liebes Hallo und Danke an Melanie, dass du da bist und dich auf dieses Experiment erster Gast in unserem Podcast eingelassen hast.